Oh mein Gott Süße, siehst du mich überhaupt noch? Ach du meine Güte, so gut dass du zu mir gekommen bist. Hi, mein Gott in den Haaren sind echt all over the place. Gosh, okay, warte, lass sie mich mal zuerst. Okay, ein bisschen weg machen. Wie lange warst du nicht mehr beim Friseur? Okay, egal. Muss ja nicht sein. Okay, aber man muss sich schon ein bisschen wohlfühlen, wenn wir ganz viele Spangen, welche Farbe willst du haben? Oder vielleicht sowas? Im Endeffekt egal. Ich will es einfach nur weg machen. Damit du was siehst. Okay, lass sie mich mal anschauen. Aber lang sind die. Und sehr, sehr weich. Eigentlich wohl gut geblägt. Aber wir können sie jetzt mal einfach durchgämmen. Was hältst du davon? Ja. Irgendwo muss man ja anfangen. Ich probiere es mal mit diesem Kamm. Ob wir da durchkommen. Okay. Lass mich mal ein paar Strähnen hier entfernen. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, ich brauche einen anderen Kamm. Und mit dem kommen wir ja nicht so wirklich weiter. Warte mal. Den hier. Sorry. Da passiert oben wieder irgendwas. Eigentlich hättest du dich jetzt schön entspannen können, aber ja. Was ist das? Okay, versuchen wir es mal mit dem. Oh ja, viel besser. Oh ja, viel besser. Was ist das? Ich muss das. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, viel besser. Ups. Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein bisschen? Was ist das? Was ist das? Schon? Ja. Seit mal als ich... Nein. So... Ok, si tu m'as filmé le sens C'est un goût 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 Et un goût C'est 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 un goût dann tue ich mal ok, ich mach es dir jetzt mal in die Spitzen rein ok ok, super dann hab ich noch ein paar Produkte und zwar Kopfhaut Balance Ansatz Balsam hilft das natürliche Feuchtigkeitsgleichgewicht der Kopfhaut zu bewahren mildert Spannungsgefühle und Juckreiz für sensible, trockene Kopfhaut und gestresstes Haar warte ich ähm ja, ich würde schon sagen dass du trockene Kopfhaut hast, oder? soll ich das drauf machen? ja? ok ich würde sie das aus ich würde sie verschen, welche die die sind lecher die sind das ok, das ist richtig gut Riecht frisch. Ich mache das nur so auf die Fingerspitze. Und dann massiere ich das ein. Okay. Ich mache das nur so auf die Fingerspitze. Ich mache das nur so auf die Fingerspitze. Okay. Dann. Ich weiß nicht. Machen wir vielleicht ein bisschen Duft in die Haare rein. Riecht nach Kokos. Du bist du? Ben schon, Ben schon. Ich mache das nur so auf die Fingerspitze. 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 Riecht jetzt voll gut. Okay. Soll ich dir den Pony vielleicht ein bisschen schneiden, weil der so lang ist? Okay, gut. Ich habe hier eine ganz tolle Schere. Okay, dann mache ich die Clips mal wieder raus. So. Und dann zeig mal dein Pony. Okay, ja. Ja, zeig ich glaube. Okay, it's its bezels. Ich glaube, wir stylen dich noch ein bisschen, oder? Also, das ist natürlich nicht zum stylen, ich wollte es nie, nur ein paar Haarsträhnen wegmachen. Okay, super, ich kniete mal ein bisschen. Schaumfestiger rein, damit das Ganze mehr Volumen kriegt. Das ist nicht so gut. Okay. 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 Ich kniete es dir jetzt in die Haare rein. Okay. 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 Okay, jetzt noch ein bisschen Spray drüber Dann setze das Bombenfest Okay, mach deine Augen zu Okay, andere Seite noch Perfekt Okay, sieht gut aus Jetzt ist alles wieder an seinem richtigen Platz Wunderschön Okay, jetzt kann ich dich wieder in die Welt entlassen Freut mich so sehr, dass du da warst Okay, dann bis zum nächsten Mal Bye, bye